Hey, ja, ihr Sternschnuppeln, ich bin der Diebster und ich heiße euch willkommen zu einer neuen DP-News-Ausgabe, heute vom 7.11.2022, also wo ich das aufnehme, ja, weil es einen langen Kreide-Deep-News mehr gab und ich denke mal, ihr mal wieder das von mir hören solltet, das haben wir zumindest so gedacht, weil mittlerweile läuft auf meinem Kanal nix mehr in Sachen Let's Plays, das Projekt ist ausgelaufen, Burnout Legends, deswegen, ja, mal wieder was von mir hören lassen, das wäre vielleicht mal eine gute Idee, ja, und ich mache das auch als Tagesausgabe, weil da gibt es ein paar Themen außerhalb der Reihe, sag ich mal, die man mal, die ich mal ansprechen möchte, über die ich mal jetzt hier reden will, ja, und zwar, wo wir fangen an, ja, was war los bei mir, dann kann man vielleicht sagen, ähm, wieso gibt es keine Ausgaben mehr, ich meine, letzte Ausgabe gab es, glaube ich, im April, oder zum April 2022, dann, ja, gab es da keine mehr, es gab natürlich keine Statistikfolge, nix dergleichen, ja, ich kann leider sagen, ich habe das eigentlich alles, äh, eingestellt, ja, ähm, warum, ähm, weil, da, es gab keine, es gab da keine, keine Resonanz wirklich drauf, ja, ähm, auf die News, da hat keinen interessiert, ähm, also kein Like, kein Kommentar, gerade Kommentare nicht, ähm, da habe ich gesagt, interessiert wohl offenbar keinen, und, ja, da ich auch niemanden nachgefragt hat, außer nach ein paar, mehreren Monaten eine Person, war die Entscheidung wohl auch nicht falsch, ähm, sag ich mal, sag ich mal ganz ehrlich, ähm, hat keinen interessiert, deswegen habe ich dann gesagt, dann lassen wir das mit diesen Ausgaben, ja, die Reviews zu den Spielen, habe ich auch nicht mehr gemacht, das wäre vielleicht eine neue Idee gewesen, aber, ja, habe ich halt nicht, mache ich vielleicht auch nicht mehr, ähm, mache das nur schriftlich, ähm, in einem Forum schreibe ich noch darüber, aber ansonsten tatsächlich, ja, mache ich da in Sachen Videos nix mehr, zumindest aktuell nicht, ähm, ja, und die Statistikfolge aus dem gleichen Grund, ja, äh, da meine Kanalstatistik, also ein Wort zu stellen, es interessiert keinen, ja, ich, da, ich weiß, die Videos sind eh lang gewesen, immer mit zwei Stunden, etc., ähm, aber die kann ich mir auch selber, ich kann einfach ohne kurz durchklicken selber, muss dazu nix sagen, bin nach halben Stunde durch, bin die ganzen Statistiken für mich selber, und dann, ja, bin ich schlauer und ihr wollt eh nix davon wissen, ja, ich habe das eingestellt aus, ich sag mal, aus Interessenmangel, weil das keinen interessiert hat, und deswegen gab es da keinen Kanalnachrichten mehr, halt monatlich, und das ist auch immer so weiterhin so vorgesehen, also Deepinew ist nur noch als sehr unregelmäßiges Format, ähm, aktuell, ja, ich habe mich auch vorher nicht dazu geäußert, aus, ja, diversen Gründen, ähm, weil teilweise dachte ich ja, mach nur ne kurze Pause, dann kommt's wieder, ja, kam aber doch nicht, ähm, hatte auch keine Lust, das zu machen, muss ich mal sagen, aber jetzt wie gesagt, aktuell läuft auch auf meinem Kanal nix mehr, kein Video, also kein Projekt, deswegen lass ich mal was von mir hören, ja, also ich will damit sagen, der Kanal ist hier nicht tot, ja, der Kanal ist hier nicht tot, auch wenn das alles momentan Sachen nach wie vor, ich meine, wie das alles ausläuft in Sachen, äh, Let's Plays und so, aber ich hab noch genug Projekte, die ich noch produziere, wo es noch weitergeht, ja, also da, man arbeitet ja auch noch dran, aber, ich nehme mir halt da die Zeit, die ich halt mir, die ich halt nehmen will, ähm, ja, auf Twitch gab's auch nix, eigentlich seit längerem, ähm, seit, ja, jetzt die letzten Tage, jetzt mal wieder, jetzt, ähm, ich sag mal, jetzt im November, aber seit Juli ist da auch eigengestellt gewesen, Twitch-Aktivität, weil da war eine Sommerpause tatsächlich vorgesehen, ähm, weil das wurde hier tatsächlich am Tage im Sommer viel zu warm hier oben, ähm, da hab ich dann gesagt, Leute, das lassen wir erst mal, ähm, ja, und dann hatte ich auch abends dann irgendwie, ich wollte hier was, hab ich auch keine Lust gehabt, da was zu machen, wo es dann besser war von Temperaturen, ja, hab ich dann einfach da auch nichts gemacht, abends irgendwie, da hab ich dann lieber was für Let's Plays gemacht, etc., so gezockt, deswegen, ja, ist da eine Sommerpause draus geworden und dann war es halt eine Herbstpause, wo es auch aus anderem Grund, ähm, und zwar hatte ich seit Mitte August kein Internet, ähm, ich hatte seit, ähm, ich hatte seit Mitte August kein Internet, ähm, das fiel dann in der Nacht drin aus, ähm, ja, hat sich ein Techniker von Telekom, konnte nichts beheben, hat sie mich rausgestellt, offenbar, dass die Telefonleitung im Haus kaputt war, in der Wand, also in der in der Hauswand, zwischen Hausanschluss und Telefonbuchse, ähm, war kaputt, ähm, ja, da hatten wir kein Internet, in mir, also monatelang nicht, weil wir haben auch keine Elektriker irgendwie, äh, halt erhalten irgendwie, äh, das heißt, September ging vorbei, Oktober ging, äh, ja, im Oktober, ab Mitte Oktober, gab es wieder was, aber halt kompletten, kompletten, restlichen August nicht, kompletten September nicht, da hab ich dann zwischendurch, halt zwischendurch halt LTE gehabt, mir organisiert, war auch so ein Krampf, ey, wegen der Post hier, die ja einmal die Woche kommt, ähm, da muss ich auch warten, gerade weil ich ja eigentlich Homeoffice gearbeitet habe, halt, äh, gearbeitet habe, oder, ja, ja, gearbeitet habe, ähm, muss ich dann da einmal, da immer hinfahren, jeden Tag, war auch nicht so, ich bin kein von der Zeit her dann, abends, da war auch keine Zeit mehr für irgendwas, ähm, ja, und, hab dann halt LTE gehabt, da konnten die zwei dann auch arbeiten von zu Hause, aber Livestreams ging damit nicht, da war die Verbindung zu unverlässig, auch beim Arbeiten ist nur teilweise problematisch mit, äh, Telefonieren, weil die Verbindung manchmal schlecht und so, aber Livestreams wäre halt gar nicht möglich gewesen, hat gar nicht möglich gewesen, dann konnte ich trotzdem deswegen dann, ich sag mal, äh, das, das Let's Play weiterführen, das Wende zu machen, also dass da täglich noch ein Video erschienen ist, das ging zwei Wochen lang, habe ich das quasi, äh, dann von der Arbeit immer hochgeladen, ähm, und dann von zu Hause dann mit, ähm, dann halb mit LTE, ja, äh, das habe ich dann gemacht, konnte ich dann das Let's Play planmäßig dann weiterführen und Entbände bringen auf YouTube. Ja, ab Mitte Oktober hatten wir dann Internet, ähm, ja, das heißt, ab Mitte Oktober bin ich wieder zu Hause, also gar nicht wieder von, habe ich wie normales Verbindung von zu Hause, dazu gab es halt noch nichts, irgendwas Neues von mir zu hören, weil es was Neues gab bei mir, und zwar, ich habe ein Hardware-Upgrade durchgeführt, ja, ich habe ein Hardware-Upgrade durchgeführt, ähm, und das lief nicht so ganz problemlos, sag ich mal, und zwar habe ich mir eine neue Grafikkarte gekauft, ja, tatsächlich eine Neue Grafikkarte gab es, ähm, ich habe das damals in dem Let's Play zu Metro Last Light, äh, ich glaube, Developer, Developer Pack, da habe ich, glaube ich, das angekündigt in der ersten Folge, weiß ich noch zumindest, ähm, dass ich eigentlich so 2021 oder Ende 2022 neue Grafikkarte auch holen will, weil ich ja kein Raytracing habe, etc., noch eine alte GeForce, äh, 1060 hatte, und ja, da gab es entsprechend ein neues Upgrade, ja, und zwar haben wir mir was Neues gekauft, äh, und zwar, war ursprünglich eine Grafikkarte eigentlich geplant, ja, bis dahin, ähm, aber die hast ja nicht gekriegt, die GeForce RTX 30-Jahr-Serie, so 3080 gab es ja lange Zeit ja gar nicht, war gar nicht wirklich erhältlich, und als es erhältlich war, gab es ja fast die 40er, die 40-Jahr-Reihe, also viele Monate, die ich dann sparen konnte, was ich dann auch genutzt habe, um mir entsprechend eine, eine GeForce 4090 zu kaufen, ja, ich habe zwar die, und zwar die Palit Gamewalk, äh, Mittler Kallioskop, GeForce RTX 4090, die ich halt gekauft, ja, da gab es auch mal ein Unboxing-Video zu, habe ich mal gedreht, aber das mittendrin ist abgebrochen, äh, weil ich hier ungefummelt habe mit der Natur, weil das so groß war, das Paket und so weiter, ähm, deswegen, ja, habe ich das dann nicht veröffentlicht und auch nicht neu aufgenommen, ist natürlich Mittler verbaut, deswegen, äh, ja, gibt es halt diese, gibt es halt nur für Packung noch, ja, ja, die habe ich mir gegönnt, da könnt ihr lesen, hier, ich meine, ich mache jetzt kein Unboxing, deswegen lese ich das nicht selber vor, ihr könnt das hier lesen, hier, ich habe halt mal eine Kamera, damit ihr das gut lesen könnt, sollte lösbar sein, da sind viele Sachen hier stehen, so sieht die aus, ich habe da noch ein anderes Bild gleich, was ich noch zeige, ähm, ja, nicht billig, ne, keine billige Grafikkarte, wollen wir sagen, ist sehr, sehr teurer Spaß, äh, Dolz, äh, Dolz, Dolz, äh, da oben, da oben, äh, keine billige Grafikkarte, wie gesagt, ich wollte eigentlich so eine 30, 89 oder so kaufen, der RTX, ähm, aber, ja, die hast ja, äh, quasi, ja, recht spät, überhaupt war die wirklich gut erhältlich, und da habe ich dann gesagt, dann kannst du noch warten, und dann, ja, sparst du das Geld in der Zeit, und dann kannst du dir eine neue Grafikkarte kaufen, ja, habe ich dann halt gemacht, äh, da ist jetzt also meine CPU als nächstes wieder dran, die muss, in ein, zwei Jahren soll die ja auch ersetzt werden dann wieder, weil jetzt momentan ist die Grafikkarte quasi schneller als, äh, quasi die, äh, die CPU, ähm, ja, die kann ich nochmal zeigen, dann habe ich nämlich ein paar Bilder, nämlich zu, äh, so, also, so ein paar Bilder, und zwar, ja, ist das so, so sieht der aus, auch, alter, also halt ausgepackt, ähm, das hier ist komplett eine RGB-Oberfläche, das heißt, äh, die leuchtet, und das ist ein ganz großes Gerät, das zeichne ich mir jetzt auch, ähm, und zwar, das ist der Größen, das ist der Größenvergleich, das hier ist die neue, das ist die alte, das ist meine, das ist meine, das ist meine GeForce, äh, GTX 1060, und das ist die 4090 im Vergleich, ja, die ist also mal eben ein Drittel so groß, also ein Drittel größer als die, also allein von der Länge her, Breite ist ja noch, Breite ist auch noch deutlich mehr, die passt da wirklich mehrfach rein, ähm, da nochmal eine Seite von der Seite, das ist die alte, das ist die neue, das heißt, äh, warte mal, ihr könnt das glaube ich nicht so gut sehen, Moment, das ist so besser, ähm, ja, also, das ist die alte, das ist die neue, ähm, ihr seht, die ist so, quasi doppelt so hoch, ähm, die hat, die neue hat, äh, drei Display-Ports und ein HDMI, die alte hat dann noch zwei Display-, äh, DVI-Anschlüsse dafür, ein Display-Port und ein HDMI, problematisch, da ich halt zwei DVI-Monitore noch habe, Monitor war eigentlich ursprünglich auch geplant, noch einen neuen Monitor zu kaufen, ähm, halt 4K, oder 2K zumindest mit hoher RPS-HDR-Zahl und so weiter, ähm, also HDR und RPS hoch, ja, aber das ging finanziell leider dann doch nicht mehr, weil, leider hat sich festgestellt, leider habe ich festgestellt, äh, mein Gehäuse, mein, mein Gehäuse war zu klein für die Karte, also die Karte war zu groß für das Gehäuse, die passte nicht rein, die war zu lang, zum einen, zum anderen, das Problem war auch, die war auch so breit, ich habe ja drei Erweiterungskarten, äh, also PC-Express, eine Soundkarte, eine Capture-Card, hier für, also, die, äh, Ava Media 4K, also, also, also Live-Gamer, Live-Gamer 4K, die ich jetzt mal angeboxt habe, ähm, die habe ich noch für quasi aktuelle Konsolen, und dann haben wir noch die alte Capture-Card noch drin, die Ava Media H727 für PS3 und älter, oder, ja, im Grunde PS3 und älter, kann man sagen, ähm, also 720p Konsolen und älter, ja, weil die neue Capture-Card halt das Problem hat, die unterstützt kein Komponentenkabel, etc., deswegen, äh, muss ich da beide drin haben, weil das Kabel, weil das Kabel, was es eigentlich gibt für die 4K, das gibt's nicht mehr, was also, dieses Erweiterungspaket, um sich da alte Konsolen anzuschließen, an die Live-Gamer 4K, das wird nicht mehr verkauft, kriegst du auch nicht mehr. Deswegen ist dann leider so, dass ich, äh, beide Capture-Card drin habe, und mit der Gravi-Karte wär das Problem gewesen, die ist halt so breit, auf meinem Mainboard, ähm, hätte die in Spain auch den PCI 16 Slot ver-, äh, halt, äh, ja, quasi belegt, wo halt die Live-Gamer 4K drin ist, weil das ein PCI Express 4, also, das X4 ist, also mit 4, äh, also, halt mit 4er länger, ähm, hätte der belegt, das heißt, hier die Gang einbauen können, und auch andere, und auch, man kann sagen, auch, und, und, auch, hätte nur noch eine Soundplatte reingekonnt, muss man fast sagen, ja, also, da passt dann allgemein nicht mehr so viel. Deswegen, ja, was mach ich jetzt, hat er entweder die Wahl, gut, fix die 40, 90, 40, 90 zurück, und wartet auf eine 40, 80 zum Beispiel, äh, zum Beispiel, die vielleicht kleiner ist, oder kauft der Donner irgendwie nur nochmal eine 30, 80er, oder 70er, oder was auch immer, ähm, ja, aber irgendwie hab ich dann doch gesagt, na komm her, kauf mal ein neues Gehäuse, ähm, halt dafür, und da hab ich dann entsprechend, äh, das Gehäuse gekauft, das ist ein Lian Li O11 Dynamic Evo, ja, äh, das haben wir gekauft, warum, ähm, ja, so eins, das, dann die größer, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen geräumiger, beim alten Gehäuse war das Problem, es hatte hier, wo jetzt hier die Grafikkarte hängt, äh, hab ich komplett Festplattenkäfige gehabt, auch fest verbaut, heißt, die Grafikkarte kam hier entsprechend gegenpassend nicht rein, ich konnte mich auch nicht wirklich in diesen Käfig so ein bisschen reinragen lassen, das klappt halt irgendwie alles nicht so wirklich, da muss ich dann leider doch sagen, ja gut, da muss neues Gehäuse leider her, ähm, ja, ähm, und da hab ich entsprechend dann dieses, Dynamic Evo gekauft, weil man entsprechend hier die Grafikkarte reinhängen kann, da gibt's nämlich so ein Erweiterungskit für, wie man halt die Grafikkarte senkrecht in das, äh, quasi in das, an das Mainboard, also nie in das Mainboard hängen kann, im Gehäuse, ja, Problem ist natürlich, gut, dass keine Laufwerke mehr, also, Brenner, etc., nur noch per USB-Ferber halt zu verbinden, leider, ist ein bisschen doof, find ich, aber, naja, muss ich halt mit klarkommen, und, ja, das Vorteil ist natürlich auch, wenn die Grafikkarte hier hängt, hab ich hier Platz für meine Erweiterungskarten, ähm, das hab ich dann auch aufgebaut, also zumindest halt, hab da jetzt zumindest mal einen alten PC abgebaut, also Mainboard raus, etc., der Neugäu ist rein, ja, und dann hab ich Corona gehabt. Ja, leider, hab ich mich auch mal mit angesteckt jetzt mit Corona, oder hatte mich angesteckt an meine Mutter, äh, die hat's dann auch noch 30 hundert in Altenpflege erwischt, ja, war in Quarantäne zwei Tage, und dann hab ich auch erst Symptome gehabt, ja, da hat mich auch schon, wahrscheinlich vorher schon angesteckt, weil meine Mutter hatte schon auch so zwei Tage vorher ein bisschen geklagt darüber, dass es ihr nicht so gut geht, schlapp, etc., waren schon die ersten Symptome, aber ihr Test, den sie ja nie jeden Tag hat, war noch negativ, ähm, dann war sie positiv, zwei Tage in Quarantäne, da kam auch der, übrigens noch der, äh, ja, der Techniker von der Telekom, der das Internet halt repariert hat, ähm, da war meine Mutter, da war alle in Quarantäne, ich bin mit Maske hier rumgelaufen, im Haus, ja, dann, äh, war ich an dem, das war dann am Freitag, da war ich noch, äh, dann abends noch im Fitnessstudio, ging's auch noch ganz gut, Samstag war ich vormittags so, ging einkaufen, und da fing's so langsam an, da fühlte mich langsam schlechter, da dachte ich nur ursprünglich noch, hab mich nur unterkühlt, äh, an dem Freitag, weil, ich hab den ganzen Tag quasi gewartet im Haus, was halt komplett durchlüftet wurde, wegen, weil man halt, weil man halt lüften muss, wenn jemand in Quarantäne ist, ähm, ja, dachte ich, ich hätte mich nur unterkühlt, ähm, ja, aber, naja, es wurde dann wirklich rapide schlechter, Sonntag lag ich total flach, ganz, ganz Tag nur im Bett, ähm, war ich auch nicht in der Lage, irgendwie in die Stadt zu fahren, um sich testen zu lassen, äh, da ging's mir wirklich so ganz miserabel, da hatte ich ja Angst, dass ich einen Unfallbau mit dem Auto, ähm, deswegen, ja, dann erst am Montag zum Test, und der war natürlich dann positiv, und da hab ich entsprechend da, die komplett, die ganze Woche, war dann der, lag dann der PC hier, dann quasi, un, also unfertig hier rum, weil das Gehäuse, war zwar das Mainboard drin, aber keine Komponenten noch nicht, und die ganze Kabellage war halt noch nicht einverlegt, keine Verkabelung, war noch nichts gemacht worden, weil da wollte ich noch machen, aber dann hat mich das halt, ja, wollte ich anfangen an dem Freitag, wo der Techniker kam, der kam, war dann, ja, ganz am Vormittag musste ich immer warten, weil er sagte, er kommt zu dem Zeitraum, man hat ja keine Informationen, wann er kommt, genau, saß den ganzen Tag, den ganzen Tag unten, hab da PS5 gezockt, ähm, ja, deswegen saß ich doch den ganzen Tag, quasi, in diesem, halt, belüfteten Haus, ähm, ja, und abends, keine Zeit mehr gehabt, großartig, ne, dann, fahre ich Fitnessstudio, und so weiter, ja, und dann, heute Samstag, und ab Sonntag, und ab Samstag ging nichts mehr, dann lag der quasi, brach, der PC, war, konnte ich auch nichts dran, auch, weil es mir besser ging, ein bisschen, da wird zwar dann Konsole gespielt, auf dem Fernseher unten, aber, PC konnte ich halt nicht fertig machen, um hier dran Dramas zu machen, da war ich also total endgültig, total platt, und hab dann, vielleicht dann erst, ja, als es mir deutlich besser ging, hab ich das erst gemacht, ja, also, eine Woche später kann man sagen, ähm, ja, wie jetzt das geäußert, übrigens Corona bei mir, schnupfen, husten, hab ich immer noch, ähm, aber ich hatte ganz extreme Kältegefühle, also, man fühlte sich allgemein schlapp, und mir war ständig kalt, ja, mir war echt ständig kalt, äh, ich hab mich, ich war vorläufig hier, im November und so weiter, T-Shirt rum, ja, weil ich, ich sag mal, ein Fettpolster habe, da bin ich relativ gewärmt, ähm, aber, äh, mir war einfach kalt, ja, ich muss mir, ich muss den Pullover hier, hier halt hier rumsetzen, äh, mit Decke und so weiter, mir war einfach, ach, kalt, ähm, dann hatte ich, ja, mal, versucht mal, an so einem Tag mal, das Kalben, die Kalben, ja, so weit mal zu legen, also nach 10 Minuten mal abgebrochen, weil dann, wurde mir zu heiß, ja, dann, der Temperaturaushalt in meinem Körper war total von der Rolle, äh, also, deswegen, da war nicht so viel drin, ja, also, da, das hat man gemacht, man hat eigentlich nur am Fernseher gesessen, und, äh, wenn wir was gezockt, oder, ja, oder was anderes, oder halt, Film geguckt, oder Fernsehen, mehr hat man noch nicht gemacht, ja, meine Mutter war ja auch Corona, das heißt, wir waren im Glück, eine ganze Woche hier, saß wir hier zusammen nur rum, und, haben uns auskuriert, ja, aber, jetzt Corona, wie gesagt, halbwegs jetzt, äh, also, mir geht's jetzt besser, allgemein, äh, husten hab ich halt noch, stupfen hab ich noch, neuer, ein bisschen Erkältungssymptome, aber, negativ wieder, ähm, hab jetzt in der Woche aber noch nix gemacht, in seinem Sport, da will ich mir langsam jetzt so, diese Woche, langsam wieder so, einsteigen, so Hälfte Pensum oder so, ja, mal gucken, wie ich das, wie ich das gut berappelt habe, körperlich, muss ich noch zeigen, auf jeden Fall hab ich das fertig gemacht, da sind jetzt auch noch ein paar Bilder dazu, ähm, und zwar sieht das dann jetzt so aus, hier sieht man auch die Grafikkarte in Betrieb, ähm, ich hab vier Lüfter, also hier drei, und da hinten einen, hier unten, ihr seht ja auf dem Bild hier, sind hier unten eigentlich welche, ja, da sind meine Festplatten, das Gehäuse ist leider eigentlich auf 2,5 Zoll Festplatten, fest, äh, eingedesignt, ähm, also auf die kleinen Laptop Festplatten eigentlich, ähm, aber ich hab hier halt noch vier 3,5er, ja, also deswegen ist das, ein bisschen, ich sag, du hast nicht so viele Optionen eigentlich, ähm, man könnte, man hat eigentlich viel mehr Optionen irgendwie hier auf dem Gehäuse, 3,5 Zoll Festplatten halt unterzubringen, ähm, aber, ja, ist halt, bei 3,5 Zoll ist da nicht so viel gegeben, aber das sieht eben so aus, dass ich jetzt hier zwei Festplatten drin habe, hier unten, und auf der, ich sag mal, hier auf der Rückseite, da ist ein anderer, wo das, also hier hinter ist das, dahinter ist das, Netzteil, und dahinter ist, da sind noch die anderen Festplatten, in so einem Gehäuse, da ist noch so ein Käfig noch drin, auf der Rückseite, ähm, die Grabenkarte ist hier, die Kabel, die laufen jetzt auch durch das Gehäuse durch, und kommen hinten dann raus, also wenn ich wirklich das Kabel wechseln muss, äh, ist das wirklich eine Tortur, ich muss das Gehäuse aufschrauben, die Grabenkarte rausholen, also ein bisschen rausziehen, das Kabel, äh, abstecken, reinstecken, durch das Gehäuse führen, also die Rückseite muss ich vom Gehäuse, muss ich einfach auch aufmachen, und dann das Kabel da lang führen, hinten raus, und dann erst in die Monitore rein, und das ist eine ziemliche, dort eigentlich eine wirklich schwierige Sache, für nur ein blödes Monitorkabel zu wechseln, war da ja, muss ich noch einmal machen, weil ich, äh, halt wie gesagt, zwei DVI-Monitore habe, ich hab jetzt halt, äh, so ein Displayport, DVI-Kabel mir gekauft, zwei Stück, bis ich halt, Geld habe für einen neuen Monitor, ja, der, wie gesagt, der erste durch das Gehäuse, ist das alles, äh, finanziell, einmal wieder ein bisschen verschoben, auch ein paar Monate später, weil ich dann wieder, ein bisschen sparen will, erst mal, so, das ist von der Seite, wie gesagt, dann alles ist eine Lichtspiegelung hier, und, äh, da suche ich das aus, jetzt innen drin, also, ja, die Kabel, die liegen nicht immer ganz perfekt, nur mal sagen, äh, das ist hier, die Grafikkarte, da leuchtet sich entsprechend auch, die läuft so, rund unten nach oben, kann man auch einstellen, das ist der CPU-Lüfter, der normale von AMD noch, reicht für die CPU eigentlich auch aus, das ist die goldene Lüfter, die ist gekoppelt an meiner Tatsatur, in Sachen Beleuchtung, äh, leuchtet genauso mit meiner Tatsatur, das ist meine Soundkarte, wie gesagt, das Kabel läuft jetzt von, für die Grafikkarte läuft von, je nach da, ich kann jetzt die Soundkarte hier verbauen, das ist die Capture-Karte, direkt da drunter, hat auch ein eigenes RGB, kann man leider nicht koppeln an die Tatsatur, denn Grafikkarte soll das noch möglich sein, später, im Update, dass sie gekoppelt werden kann, an Maser Synapse, ähm, die Capture-Karte eigentlich nicht, da versuche ich irgendwie, das zeitlich so zu machen, dass das, ja, dass die Farbe so, ähnlich, ähnlich schnell durchläuft, wie hier, dass es ein bisschen einheitlicher aussieht, das versuche ich noch hinzukriegen, aber, habe ich noch nicht so ganz hingekriegt, da drunter, seht ihr nicht, das ist die Fettplatte, die eine, da drunter, direkt dran, ist die andere Capture-Karte, ja, die ist wirklich dran, die liegt wirklich drauf, also, die ist wirklich schon ein bisschen, leicht gebogen, so rein, anders passe ich nämlich gar nicht, ich habe eigentlich noch da drunter, ich habe eigentlich noch dazwischen noch einen Slot, äh, also zwischen der und der, wenn ich den mal benutze, ist die Soundkarte tot, also ist der Slot tot, wieso auch immer, keine Ahnung, ähm, deswegen, habe ich das so ein bisschen reingezwängt, ja, wie gesagt, mit 2,5 Zoll, wäre es alles viel besser, mit 2,5 Zoll, 2,5 Zoll Festplatten, ähm, hier drin ist ja noch eine M2-Festplatte verbaut, hier, mit dem Mainboard, ähm, ja, alternativ muss man langfristig, das ist eigentlich so geplant, ähm, irgendwann diese beiden Festplatten hier, nach hinten zu setzen, weil die ideale Größe sind, die hinten drin sind, aber hinten habe ich auch noch ein paar Daten drauf, ähm, weil da ist hier eine 4 und dann 8 Terabyte Platte, dahinter habe ich noch eine, ja, 1 und 2 Terabyte, also auf der Rückseite sind 1,2, also 3 Terabyte, und hier sind noch, äh, 12, also 13, also 15 Terabyte sind hier aktuell, also der Plan ist, wenn, die sind noch älter, die beiden hinten, wenn die Jünger Platten, wenn die Jünger mal schlapp machen, will ich dann die reinsetzen, und dann kommen hier zwei kleine rein, passt das auch besser bei der Gravelkarte, wie ihr hier noch seht, die hängt auch hier dran, ja, die ist auch an der, an der Festplatte dran, die Gravelkarte, aber passt auch dazwissen, hier ist ein bisschen extrem, weil die wirklich, hier ein bisschen, wirklich reingebogen ist, das ist eigentlich nicht so gut, ähm, das muss halt, das kann halt, langfristig ist keine Lösung, aber wahrscheinlich muss es langfristig so erhalten, weil ich verraten, wer weiß wie lange die halten, ja, das war zumindest zum Thema Upgrade, ähm, also hab erst das jetzt nach, äh, Corona erst fertiggestellt, ähm, das Gehäuse, jetzt läuft das hier, hab wie gesagt noch ein paar Kleinigkeiten gebraucht, wie zum Beispiel die DVI-Kabel, diese beiden, die muss ich in den neuen neuen legen, ein, ein RGB-Hub, ähm, weil ich nur noch ein RGB, äh, also ein, ja, halt ein, äh, Rainbow-RGB-Slot habe, ja, Rainbow ist ja quasi, so ein steuerbarer, äh, äh, alt RGB, ähm, weil den anderen habe ich leider bei der Montur zerbrochen, äh, kaputt gegangen, der war schon leicht verbogen irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht vorher irgendwie mal dran rangekommen oder so, beim früheren Einbau von irgendwas, und da war der verbogen, wollte den reparieren, draufgesteckt dann den RGB-Control, äh, den RGB, und, kaputt gegangen, der eine, stick, der eine, der eine, ist dann kaputt gegangen. Da habe ich nur ein, und deswegen musste ich mir noch einen RGB-Hub einbauen, der ist übrigens jetzt an der Rückseite verbaut, also auf der Rückseite von der Grafikkarte quasi, hängt der jetzt drin, ähm, also war dann auf der anderen Seite vom Gehäuse. Ja, ähm, ja, das ist auf jeden Fall so, was es so Neues gab, ähm, ja, sonst, ja, gibt es eigentlich nichts mehr zu melden eigentlich, ähm, deswegen gab es halt länger noch kein Video mehr, habe ich länger nichts von mir hören lassen, auf Twitch, etc., ähm, Discord war auch nicht so viel los, da war ich auch nicht so viel aktiv in der Zwischenzeit, ähm, aber jetzt bin ich wieder ein bisschen da, mach auf Twitch auch ein bisschen was, ich, sag, ich sag nochmal in der Runde hier, ihr könnt, wenn ihr da irgendwas, also, YouTube-Programm ist eigentlich festgelegt von mir, was ich so machen werde, aber auf Twitch könnt ihr gerne mal Spiele-Vorschläge posten, hier, in der News, ähm, da bin ich eigentlich recht offen, momentan habe ich da kein festes Programm, so gesehen, vor, ähm, da ist leider die Dangerous-Therzuri noch ab und zu mal zu spielen, aber momentan auch nicht regelmäßig, ähm, soweit ich Lust und Laune habe, und, ja, ansonsten, ja, hab so ein paar Ideen, ja, vielleicht so ein paar Trophäen-Streams, so anwegen, Platin für Placing-Spiele machen, wo es möglich ist, oder auch lauter Liste, sowas, paar Spiele, wo man Platin-Trophäen sammeln können, oder sowas, oder, ja, ihr könnt gerne, wie gesagt, Spiele, Vorschläge posten, und dann mal auf Twitch vorbeischauen, ist verlinkt, ich verlinke das mal hier in der News, in dem Video, ich schreibe hier hinten noch alle drunter, Discord verlinke ich auch, da könnt ihr mir auch gerne was schreiben, ähm, würde mich freuen, wenn hier noch ein paar Leute noch da sind, irgendwie, auf diesem Kanal hier, und, ja, das ist alles, was es von mir zu hören gibt, diesmal, wann die nächsten News kommt, keine Ahnung, vielleicht dieses Jahr nicht mehr, ähm, vielleicht, ich kann noch nicht sagen, ob es dieses Jahr einen, Adventskalender gibt, Adventskalender, Let's Play, habe ich aktuell gar nicht so vorgesehen, habe ich noch gar nicht, keine Gedanken daran verschwendet, deswegen, kann sein, er nicht, gab letztes Jahr eins, dieses Jahr vielleicht wieder nicht, mal sehen, wird sich zeigen, ähm, und, ja, ich hoffe, ihr habt euch gefallen, ich hoffe, ihr habt euch Spaß, habt ihr euch doch noch zugehört, und, ich sag, ja, danke fürs Zusehen, ich hoffe, ihr habt euch Spaß, und, ja, bis zum nächsten Mal, BYE BYE! BYE BYE! Bis zum nächsten Mal.